Welcome back Leute bei Head TV Liquid All Not zu meiner rechten oder zu meiner linken zu meiner linken ähm extra 2 auch noch hier ähm ja wir sind eigentlich schon mit dem nächsten Spiel das ist eigentlich das Halbfinale des Loser Burkets genau, ja, die war ähm Death and Glory Death of Glory ähm wartet schon auf sein Gegner der aus diesem, der Gewinner aus diesem Match-up äh wirft gegen Death and Glory spielen ähm wir sehen wieder Theron gegen Toss mit Quere mit Quere und Thais Quere gefällt mir echt super was Toss Play angeht also ich bin auch Toss Spieler von daher sehe ich das gerne kannst du ja noch was abgucken kann ich mir definitiv was abgucken ähm ja vor allem gegen Theron also Theron ist eh meine Hate Ways ähm im Match-up egal welches ist ich wirklich ich komme darauf nicht klar ja und wie gesagt wenn man die zwei äh Master-Spieler sieht wie sie gegeneinander agieren echt nice ähm TGE äh TG The Dead Generations The Dead Generations ähm fast ausschließlich Master-Spieler ja fast ausschließlich könnte man so sagen ja also ich weiß nicht was machst du ähm bei denen vorhanden ist aber ich denke die haben die haben eine große Community würde ich sagen denke ich auch also ich denke so klein wird der ähm wird der klar nicht sein und ja nochmal Dankeschön für den Support den ihr uns heute gegeben habt ja ähm ja ich weiß nicht ob Thais auch von da oder? weiß ich nicht aber ich glaube er kennt auf jeden Fall quer die kennen sich auf jeden Fall ja ich meine Master-Spieler kennen sich gerne Master-Kennen natürlich ja ist gar keine Frage die spielen sich glaube ich schon fast täglich so viele Ladder-Games wie die schon gemacht haben also ich kann es mir nicht vorstellen dass sie dass die sich nicht kennen das war auch sehr nett gemacht vor allem er spielt immer hier mit diesen Waypoints das ist ja ja und wir nehmen einfach ne Probe bei 120 ok 150 bam und wieder zurück ja dafür sind wir aber ein paar liegen da oder? ja nur ein paar aber keine keine One Racks Expand das ist interessant ja Reaktor dran hm diesmal was ist da auf dem Weg ne Racks auf dem Weg oder? ja ja das ist ne weitere Racks auf dem Weg ja sehr gut ich mach vielleicht wird's ein Three Racks Push wer weiß wer weiß wer weiß ok aber wir auf jeden Fall wieder fast expandieren hier ja oh oh fast das so kleine Punkt ok naja nicht mein ganzes ja aber ok es ist behindert natürlich ich wollte es sagen also ok abgebrochen ich meine jetzt hat er eh eh seine 400 zusammen das hat ihm jetzt nicht mehr nee er hat einen Stalker gebaut nein aber es hat ihn nicht wirklich behindert doch er hat einen Stalker bauen müssen weil er über 380 war ok und die Mineris dann einsparen musste durch den Stalker aber das ist nicht schlecht weil unser Terran keine ja ja die Bremsen schon wieder wie gesagt das ist leider nur wie der Aufnahme die durch Fraps verursacht wird oh jetzt kriegt er Konkassos Shirts weil jetzt geht er mit dem Stalker raus und guckt mal rein und die Konkassos Shirts brauchen nur 60 Ingame Sekunden aber trotzdem es wäre am Anfang relativ schwierig gewesen wenn er erst die das Tag Lab gekriegt hätte ja ähm um da mit dem Stalker einfach mal gucken zu gehen oder einfach am Watchtower rum zu stehen er geht nicht gucken er geht nicht aber ich meine die Gefahr ist halt relativ oh da kommt 2-Rex-Push kommt ein Push schon 2-Rex-Push das ist interessant weil der Thorst kann noch nicht so viel draußen haben guck mal drauf da er fast expended hat nein wie gesagt ein Stalker und der steht hier rum er sieht ihn nicht doch jetzt sieht der ihn oh er hat Konkassos Shirts drauf oh das ist langsam oh das tut weh der letzte Push kommt das könnte jetzt echt also er hat ein weiteres Stalker auf dem Weg er hat ein Stalker auf dem Weg die Gates gehen auf 3-Gate mh das wird schwierig mh das wird schwierig wird nachgepumpt wahrscheinlich ja ja natürlich oh da kommt ein SEV kommt noch ja Bunker geht raus oh Bunker oh das ist natürlich auch ganz mies oh Focus Fire auf den auf den ja ist macht auch schön schön sehr schön abgewehrt oh der Bunker und der hat den Stalker gerettet ja und der jetzt sollte er den SEV ja der Focus Fire den SEV und das kann er auch abbrechen ja das wird nichts mehr mit ein bisschen Micro kann er die Dinger auf jeden Fall ab auf Abstand halten ja sind da noch weitere Marauder auf dem Weg einer ja gut aber er holt sich auf jeden Fall die die Expansion weil er braucht sie um mit dem Toss mithalten zu können ja zumal der Toss die Expansion jetzt schon hat ja und leider wurde teils abgewehrt hier das hat nicht geklappt ja und der Marauder wurde hier gefokus feiert ja bisschen Supply Block der gute Quer kommt schon ja ja und die Marines ziehen sich wieder zurück in alter Formation mit dem Party Bunker gute Bunker sie sind zwar Master Spiele aber ein bisschen unter Druck kann man auch als Master glaube ich was vernachlässigen oder was natürlich auch Grandmaster ja deswegen also dass da der Early Quercher kommt war schon ein bisschen ungewöhnlich für das was wir bis jetzt gesehen haben wieso wenn du auch der hat auch schon relativ viel Druck gemacht ja aber wenn du siehst dass ein Gegner Early Expanded natürlich hast du auch zwei Möglichkeiten Pressure oder auch Early also direkt die Expansion platzen ja das ist wahr weil du hast ja gesehen er hat den Bunker gesetzt hier hat so lange gehalten wie möglich ja und ja der Bob hatte auch seinen Spaß mit dem Billie Jean hi hi und nicht nicht so viele Muse und CVs wie und boah 42 Probes heilige Scheiße das sieht man eigentlich relativ gerne als Tor Spiele und was man halt jetzt sieht ist der Termin ist ein relativ langes Supply Block gewesen und wie das Supply Block ich mein ok aber er hat auch einiges in Produktion hier ja gerade die da und vielleicht nimmt er das einfach in Kauf dass er das denke ich ja einfach an Minerals und Gas gespart hat ja weil das machen sie relativ oft in den höheren Ligen dass sie sagen ok lieber bin ich Supply Block dann kann ich zwei, drei Gebäude mehr bauen und baue Supply nach während ich Supply Block bin und du siehst ja ich mein er hatte trotzdem was in der Produktion also auch wenn man Supply Block ist die nächste Unit wird auf jeden Fall schon mal vorbereitet ja und wenn dann das rausgeht dass halt die nächsten äh wo die Karriere die das aus das war und also quer scheiße wenn er nicht guter Zeit was ich auch nicht was machen würde aber ich meine er beherrscht Toss wirklich gut also ja ich mein warum so ja 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 natürlich ich sollte doch vielleicht mal den Einheiten folgen hm das wäre nicht schlecht ja so der SUV geht hochgucken wahrscheinlich mal geguckt ja so viel hat der Toss noch nicht ne 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 ja stimmt und vor viel bis da aber leider hat er kein zweites gesetzt und jetzt sieht es schwierig aus gg ja schade das war das Sentry das gefehlt hat das war das Sentry was hinterher ja 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 aber er hätte also jetzt mal nerdmäßig gesprochen er hätte den Push abgewehrt wäre das Sentry vorne an der Front gewesen hätte das Forcefield setzen können ok ja dann hätte er einfach nicht rein können und hätte nochmal einen Warpin abwarten können ja natürlich passiert manchmal hätte ja das sagen wir wir aber egal rein nur von der Terra natürlich ich mein wir haben schon ein paar Replays gesehen wir wissen ungefähr was los ist also wir spielen zwar nicht so hoch aber ein bisschen ein bisschen was wissen wir schon ja schon wir gucken ja nicht umsonst immer Destiny und andere Streams den 9 und Husky und ja wie auch immer das war mal wieder Hattie wie GG Maximus Wide sind raus bis zum nächsten Mal Peace